So, guten Morgen aus dem Dennyhaus. Heute geht es weiter mit Mistführen. Ich habe noch einen anderen Miststock, der auch noch gelehrt werden muss. Ich muss auch sagen, ich habe noch Platz auf dem Feld. Und was meist kommt, kann ich noch drei Vierführer ausbringen. So, jetzt geht es los. So, dann ist es ausgepackt. Das Wetter zeigt sich nicht so eine schöne Zeit heute. Es ist kalt und passend im Winter. Ich gehe jetzt auch umarmen Glas. Ein bisschen mehr. Ja, guten Abend. Hier ist Bauer Figo und unser Sonnenblumenfeld. Die kommen. Meine Kamera ist immer noch defekt. Aber das äusserste Glas ist kaputt. Aber es ist noch erstaunlich gut, das Bild. Die kommen. Wenn die Schnecken das Ganze nicht fressen. Wir haben Schneckenkörner gesät. Sonst hat man wahrscheinlich in diesem Feld keine Chance. So, der kühle Freitag ist vorbei. Es ist wirklich so um die 10 Grad. Ein starker Wind hat gewährt. Circa 25 Millimeter fliegen. Und unsere Fahne, wie ihr seht, ist arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Ausgefranst. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Und habt es schön. Grüß Bauer Figo. Nun muss die Chwarze auf sein. Vielen Dank.